Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Heute geht es mal wieder ums Thema Magnethalter. Ich weiß, darüber haben wir schon oft gesprochen, aber die News gehen ja nicht aus. Man könnte meinen, Magnethalter sind aktuell auf dem Markt nicht zu kriegen, weil ausverkauft, Corona-Pandemie und so weiter und so fort. Hier muss ich allerdings sagen, habt ihr weit gefehlt. Diese Dinger bekommt ihr immer noch zu kaufen in rauen Mengen und spottbillig tatsächlich. Wo ihr das kaufen könnt, falls ihr das wissen möchtet. Und vor allen Dingen, um welchen Magnethalter genau es sich handelt, von welcher Marke, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, heute sollte eigentlich das Dawn of Majesty Opening kommen. Allerdings hat die Post da ein bisschen was verschusselt und mein Paket fehlgeleitet, irgendwo nach Germaring oder so. Und deswegen verzögert sich jetzt die Lieferung. Ich denke mal, so gegen Dienstag müsste es dann da sein. Dienstag, Mittwoch, dann kommt das Ganze etwas verspätet. Dementsprechend habe ich mir überlegt, ich beantworte euch heute mal eine Frage. Egal, welches Video man sich anschaut bei mir, sobald diese Dinge hier drin vorkommen, gibt es Menschen, die sich unweigerlich die Frage stellen, wo bekommt man den Shit eigentlich her oder was ist das tatsächlich sogar? Es gibt bereits Videos, wo ich über diese Dinge spreche, was es ist und so weiter, für was es sich eignet, für was es sich nicht eignet. Ich möchte das nochmal ganz kurz hier zusammenfassen, bevor wir zum Wesentlichen kommen. Das hier ist ein Magnethalter, das ist ein Hartplastik-Case, der oben einen Magnetverschluss hat und in dem man seine Karte wunderbar zur Ruhe betten kann. Wenn einem das Ding nicht gerade ins Wasser fällt, ist die Karte darin 150 Milliarden Prozent sicher. Da kann nichts passieren, nichts kaputt gehen. Das Einzige, was vielleicht vom Schutz her noch ein bisschen besser ist, ist ein PSA-Case, weil die natürlich auch wasserfest sind. Aber ich denke mal, keiner wird mit seinem dunklen Paladino's Dark Revelation 1 baden gehen. Ja, es gibt Magnethalter von unterschiedlichsten Marken. Ich habe schon mal in einem Video darüber geredet, was die preislichen und qualitativen Unterschiede von Ultra Pro in Bezug auf KCW oder zum Beispiel der Eigenmarke von Gate to the Games sind. Und was uns bei dem Thema hier sauer aufgestoßen ist in letzter Zeit, ist das, oder auch schon immer, ist zum einen, dass diese Magnethalter richtig teuer sind. Die kosten nämlich pro Stück zwischen zwei und tatsächlich vier Euro. Und wenn man von der Eigenmarke von Gate to the Games ausgeht, sogar bis zu zehn Euro haben die gekostet, das Stück. Weil die Nachfrage so hoch war. Als die ganzen KCW und Ultra Pros aus waren, haben sich die Leute oder hier auch Teile meiner Community wie die Geier auf die Eigenmarke von Gate to the Games gestürzt, die damals noch zwei Euro das Stück ging oder drei. Und die haben das gemerkt und haben natürlich erstmal kräftig angezogen auf ein Zehner das Stück, was richtig übel war. Und dann haben sie sich natürlich gewundert, warum keiner mehr einen Magnethalter kauft. Und dieses Problem wurde Gott sei Dank gelöst. Ich unterhalte tatsächlich nicht nur gute Beziehungen zu irgendwelchen Händlern, also Markethändlern oder so, sondern kenne auch einige Leute recht gut, wie zum Beispiel den Dennis von Logikarts oder auch den lieben Adrian, oder Adrian hieß er, glaube ich, von, ja, Doc's Magic. Und Doc's Magic ist ein Online-Shop, der sich eigentlich eher so dem Magic the Gathering-Game widmet. Aber es gibt natürlich auch einiges an Zubehör, das man sich dort kaufen kann. So, wir wollen uns jetzt hier mal ganz kurz angucken, wie es sich hier mit den Doc's Magic Magnethaltern verhält. Wir sind hier auf der Homepage von Doc's Magic, docsmagic.de, Games and Supplies. An der Stelle übrigens, das ist jetzt keine Kooperation oder so, dass ich das hierfür nicht bezahlt. Aber ich finde einfach, ihr solltet es wissen, denn viele von euch hat das ja schließlich interessiert. So, wir befinden uns jetzt nicht auf der Startseite tatsächlich, sondern wir sind schon einen Schritt weiter. Nämlich hier oben seht ihr es schon, docsmagic.de-Zubehör. Da findet ihr alles, was Doc's Magic selber produzieren lässt. Der produziert ja alles. Der produziert eben diese Cardboxen, Ordner, auch diese Dinger, diese Aufwärmungsboxen, die ich ja auch nutze tatsächlich oder zweckentfremde in dem Fall und so weiter und so fort. Also der macht hier wirklich sehr, sehr viel. Wie ihr sehen könnt, auch hier eigene Ordnerseiten. Und da gibt es wirklich eine Menge hier sogar Schallplattenschutzhüllen. Also richtig, richtig cool. Und da findet ihr hier unten die docsmagic.de-Magnetkartenhalter heißen die bei denen. Ich habe das jetzt hier Tab für Tab aufgemacht, weil mein Rechner gerade ein bisschen lahm ist. Den muss ich mal wieder sauber machen. Und wenn ihr dann auf diese Magnetenhalter oder auf diese Kartenhalter drückt, dann kommt ihr hier zu dieser kleinen Auswahl. Da habt ihr dann die Möglichkeit, entweder die durchsichtigen zu nehmen oder die mit dem schwarzen Rand. Die sind auch recht beliebt. Ich nehme tatsächlich die durchsichtigen. Dann klickt ihr natürlich da drauf und dann landet ihr hier. Und hier habt ihr eine Hülle und Fülle von unterschiedlichsten Magnethaltern in unterschiedlichsten Größen, in unterschiedlichsten Paketen. Und wichtig zu wissen ist, ihr braucht, also die Größe bei Magnethaltern ist immer in PT angegeben. Und ihr braucht für Yu-Gi-Oh! Karten immer 35 PT mit einer normalen Standard-Size-Sleeve, damit die Karte da nicht umher wackelt. Ich glaube, es gibt sogar 35 PT bei DocsMagic, da dürfte die Karte dann auch ohne Hülle reinpassen. Ich nehme aber immer die 35er, da ich damals zu Ultra Pro-Zeit damit angefangen habe und immer alles gerne schön einheitlich habe. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel 100 PT, 130, interessiert uns nicht. Hier haben wir jetzt die 25er, die sind aber momentan ausverkauft. Und hier haben wir jetzt 10 mal DocsMagic.de Magnethalter, 35 PT für nur 11,21 Euro Jungs. Und das ist der absolute Tiefpreis. Also, das heißt, ein Magnethalter kostet ein bisschen mehr als ein Euro. Also ein Euro und ein paar zerquetschte. Das ist weniger als die Hälfte dessen, was es bei den meisten anderen Marken kostet. Und Ultra Pro kostet, je nachdem bei welchem Shop ihr das kauft, zwischen 2 und 4 Euro das Stück. Also hier, auch wenn ihr vielleicht größere Mengen an Karten, wie ich zum Beispiel, in Magnethalter packen wollt, hier kommt ihr wirklich auf eure Kosten. Und das Ganze kriegt ihr auch noch in größeren Packages. Ihr könnt ihr natürlich auch einzeln kaufen. Oder was haben wir noch? Okay, okay, okay. Hier zum Beispiel für 27 Euro leider momentan nicht verfügbar. Habt ihr 25 mal DocsMagic, Magnethalter und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ein absolutes Fest, muss man ganz ehrlich sagen. Bitte keine anderen Größen kaufen. Zur Not geht vielleicht noch 55 PT, aber da wackeln die Karten trotz Hülle schon ein bisschen hin und her. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Menge Auswahl da. Definitiv, ihr könnt hier eine Menge kaufen. Auch hier 5 mal die 35er PT für 6 Euro. Also das ist schon nicht von schlechten Eltern. Auch könnt ihr euch die Aufbewahrungsboxen, falls euch das interessiert, kaufen, die ich hier kaufe. Das sind zum Beispiel die hier. Ich benutze persönlich immer diese hier mit dem roten Samt innen drin. Oder die große mit dem roten Samt. Oder hier unten für 17 Euro diese Premium Magnetbox. Genau. Normalerweise haut man da irgendwelche Decks rein oder Deckboxen und so weiter. Ich packe da halt meine Magnethalter rein, weil die wirklich wie die Faust aufs Auge passen. Also das ist wirklich eine ganz coole Sache. Speziell bei denen ist es so, da kannst du den Deckel komplett abnehmen. Der ist halt magnetisch an der Seite gesichert. Und das ist auch eine ganz, ganz super Sache. Im Allgemeinen ist DoxMagic Zubehör extrem gut verarbeitet und weist selten Mängel auf. Also da bin ich wirklich immer ganz, ganz zufrieden gewesen bisher. Und dementsprechend möchte ich euch die Seite und vor allen Dingen die von DoxMagic selbst produzierten Produkte ans Herz legen. Denn sie sind qualitativ hochwertig und vom Preis her günstig bis absolut moderat. Ja meine Freunde, wir sind an der Stelle auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, ich konnte euch tatsächlich weiterhelfen mit dem Ganzen. Zum Schluss möchte ich noch eine ganz klare Warnung aussprechen. Für den Fall, dass in Zukunft mal wieder ein BCW oder Ultra Pro Magnet halt dazu haben sind und ihr euch denkt, boah nee, ich will unbedingt die Marke haben, weil, keine Ahnung, qualitiert das zwar dieselbe, aber dann komme ich mir besser vor. Bitte, bitte, bitte lasst die Finger vom BCW. Lasst sie einfach. Lasst die Finger vom BCW. Vom Kunststoff her an der Verarbeitung sind BCWs genauso gut wie alle anderen auch. Aber die haben keine einheitliche Magnetpolung. Die sind immer unterschiedlich gepolt und das heißt, ihr könnt die nicht ordentlich stapeln. Weil die Dinger kann man halt stapeln, aufeinander in der Regel relativ gut. Weil, seht ihr, so, Vorführeffekt, das ist ein Ultra Pro Teil, der ist auch wieder anders gepolt. Machen wir es mal so, hier macht es wieder DoxMagic Dinger. So, seht ihr, die sind hier oben, halten die zusammen. Und bei BCW ist es so, dass die immer unterschiedlich gepolt sind, dann stoßen die sich gegenseitig ab und ihr habt am Ende so einen richtig krüppeligen Stapel und könnt die auch nicht richtig in die Boxen einsortieren. Das ist ein ganz, 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 ganz furchtbarer Bums. Und dementsprechend lasst die Finger vom BCW-Magnet halt an diesen wirklich nicht zu empfehlen. So, das soll es aber gewesen sein an der Stelle. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und die bisher am meisten gestellte Frage auf meinem Channel zu Genüge beantworten. Wir sehen uns zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.